Okay, Zubehör gibt es nicht. So. La la la. Nicht so laut! Ja, das ist richtig. Ich kann es rein theoretisch abspielen lassen, aber ich lese es. Ich finde, lesen geht immer noch ein bisschen schneller als abspielen lassen. Hallo Skype, ich spiele auf normal. Also empfohlen stand da, ist schwer und ich habe quasi eine Stufe drunter. Also normal oder mittel oder wie das hieß. Ja, genau. Ich wollte mich nicht gleich komplett überfordern mit dem Spiel, deswegen spiele ich auf normal. Aber schönen guten Nachmittag, Skype. Happy Silvester! Mal rechte Maustaste halten, um die Sicht zu fokussieren, während sie den... Während ich was? Also die... Die Tipps hier unten sind manchmal ein bisschen... So, hier kann ich mich verstecken. Was soll ich tun eigentlich? Finden sie ein anderes? Oh... Oh... Den was? Ja! Den... Was? Wenn ich hier... einen Schacht finde... Der ist so ein Crash-Test-Dummy. Oh... Oh, da ist wer! Da ist so ein Crash-Test-Dummy. Achso, hier geht es wieder raus. Ich würde sagen, wir gehen hier in der Mitte lang. Achso, hier geht es wieder raus. Dann kommen wir bis ganz vor. Dann kommen wir bis ganz vor. Ähm... Lalalala... Da war nix, da war nix. Ich wollte grad rausgehen. Habe ich zwischendurch schon mal speichern können eigentlich? Ja. Ich glaube, wo wir oben rein sind, konnte ich speichern. Aber ich muss da... lang. Kompromissloses Streben. Verschwingen zur Qualität. Ich muss da geradeaus hinter... Sagen... Wir müssen... Ne... Treppe... Da ist wer... Da muss ich eigentlich nix machen. Ich muss nur durch. Aber der ist auch hier hinter gegangen, oder? Hallo? Ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich wiederhole. Wir brauchen dringend Hilfe. Aufnahme gespeichert. Zugriff nur für 6. Kann ich bitte speichern? Spielen. Can I please Save the game Oh Oh It's anyone here Fuck 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 Oh Oh Das war überdurchschnittlich knapp Das war Ich hab mich schon wieder gesehen, wie ich hier alles nochmal machen darf Ich möchte hier bitte speichern Spiel Bitte Speichern Wo genau Ja Drücken Sie die Pasten Wenn der Schaltkreis aktiv ist Was? Achso Oh Oh was ist das jetzt hier Richten Sie Ventile mit Bestätigen Sie mit Eingabe What? Was muss ich machen? Das muss ich machen 7140 Okay Bewegen Sie markierte Ventile Bestätigen Sie mit Eingabe Bewegen Sie Okay Oh Samuels, Sie leben. Ripley hier. Ripley, ich erzähle, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir haben es geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seaxen hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seaxen hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine... eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln. Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitkunde. Ich glaube Xeni kommt, oder? Was ist denn? Unbefugte Kommunikation. Bitte warten Sie auf einen Siegsen-Mitarbeiter. Wir kümmern uns. Geht um Sie. Scheiße. Ist hier irgendwo ein Schrank? Oder ein Speicherpunkt? Nein! 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 Erst mal Spiel speichern. Scheiße! Nein! Es bringt halt gar nichts, ne? Wenn die mich haben, bin ich so gut wie Rip, oder? Ich kann das! Ja! Oh, was ist das? Ich kann das nicht so gut! Ich kann es nicht so gut, wenn es nicht so gut, dass ich... Ich kann das nicht so gut wie, wenn ich so gut geworfen möchte. Ich kann das nicht so gut wie ich zum Glück habe. Ich kann das nicht so gut, wenn ich so gut auskennen kann. Ich kann es nicht so gut verstehen. Aber ich kann es nicht so gut wie ich... Es ist ja Xenie. Kacke, Mann. Wo soll ich jetzt hin? Was soll ich hin? Was soll ich hin? Scheiße, wenn hier jemand reinkommt, die sieht mich doch hier. Wo muss ich hin? Oh, vielleicht. Vielleicht ist es aber hier gar nicht so clever, weil da war der Punkt. Okay. 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 Wo muss ich überhaupt hin? Da muss ich hin. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch. Ich höre Xenie. Ich habe Xenie gehört, links von mir. Ja. Ja, ich glaube dafür ist das Gerät hauptsächlich da, oder? Um Xenie zu hören. Das ist Xenie. Das ist Xenie. Das ist Xenie. Ich höre. Ich höre. Es geht auf Bewegung. Ja, also hört das Gerät auch irgendwie die Schritte? Bewegungsmelder. Aber was ist das denn manchmal, wenn plötzlich ganz konfus dieses Bewegungsding reagiert? Ist das dann auch Xene? Ich meine, die bewegt sich ja auch. Ich habe die ganze Zeit diesen Ton von Xene auf den Ohren. Wenn ich jetzt rausgehe, wenn ich jetzt sterbe, Hallo, Tinkerbells. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich würde dort gerne durchgehen, aber hier steht einer. Zeigt alle Bewegungen von Mensch, Roboter und Xeni. Warte mal, ich lese Chat. Ich gehe aber in den Schrank zum Chat lesen. So wie ich es verstanden habe, ist es so, dass diese Kreise dafür sind, wenn die Geräusche neben oder hinter dir sind. Was nicht ganz auf das Radar passt. Wenn er neu ist, sich bewegendes Objekt im Radius piept, Scots. Ich hoffe nicht, dass sie das Piepen hören. Dann wäre das ja ein bisschen kontraproduktiv oder weniger hilfreich, dass ich einen Bewegungssensor habe. Links ist was? Wenn Xeni kommt, hört man stampfen, knurren, schreien und poltern. Hier ist wieder dieses komische Geräusch. Die hören das Piepen. Ist ja doof. Hier ist es wieder gestört, das Signal. Hier ist es wieder gestört, das Signal. Alien reagiert drauf. Good to know. Imagine, wir sind auf der richtigen Etage. Es poltert. Ja, komm, wir gehen hier durch. Gut. Also langsam. Also gerade ist es so. Warum spiele ich das? Wir sehen uns zu. Was? Ich will keinen Spaß machen. Wirst du das Spiel durchspielen, weiß ich noch nicht. Aber gerade bin ich sehr, ich will, ich will weiter, aber irgendwie denke ich mir so, nein, nö, du, das, also. Achtung, Kompliment, weil du cool bist und deine Versprechen hältst. Also heute auf jeden Fall nicht. Dafür ist das Spiel zu lang. Ähm, ich wollte eigentlich bis spätestens 18 Uhr machen. Das heißt, wir haben noch 40 Minuten. Weil es dir Spaß macht. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen, ich will, aber ich hab Schiss. Also Schiss im Sinne von, es könnte hier überall, könnte Xeni kommen und ich befürchte, Xeni könnte auch in den Lüftungsschacht kommen. Und das ist nicht so cool. Aber wenn Skite schon schreit, der Lüftungsschacht hier ist doch gemütlich. Dann, äh... Ich mein, Schadenfreude ist die schönste Freude. Ich geb's ja zu. Ich bin ja auch so. Ja, es ist so... Unterschwellig. Du bist einfach die ganze Zeit so voll fixiert auf dieses Spiel und möchtest... Boah, jetzt bin ich erschrocken. Man traut sich halt nicht mal wegzugucken oder irgendwie. Man ist so die ganze Zeit mit den Augen überall. Ja, aber erst 14 Uhr. Hm. Passt. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Wo ist hier ein Speicherpunkt? Rezeption? Wartet kurz. Hallo, ja. Ich hab einen Speicherpunkt. Oh. Nicht hier rumkomm'n. Mach das, Susi. Also wie gesagt, bis so... Bis um sechs... Bin ich auf jeden Fall da. Vielleicht schaffst du's ja. Bis dahin zurück. Dann lesen wir uns nochmal. Viel Spaß draußen. Und ja, bei mir knallen sie auch schon rum. Das ist... Ich weiß gar nicht, wie sie das machen. Es werden nirgendwo Feuerwerkskörper verkauft, aber... Wo muss ich hin? Moment. Achso. Dort runter. Ich muss ganz raus. Was, Amazon? Danke, Susi, dir auch. Wir müssen nur den ganzen Weg zurück. Nein, wir werden Xeni nicht mehr treffen. Dort steht einer. Komme ich hier irgendwie durch... Nee. Wie soll ich denn an dem vorbei? Hier geht nicht. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindimmungsstufe. Hört er das jetzt? Wenn ich jetzt den Sensor anmache? Sie können unseren Evie-Androiden immer erkennen. Können wir uns darauf einigen, dass du nicht mehr auf die Uhr schaust? Oh, Moment. Da steht ja noch einer. Er muss halt weggehen. Sonst wird das nix. Er muss noch den ganzen Weg rum. Ja, huch. Ja, ich bin wirklich ein bisschen... Oh. Hier komme ich nicht weit, oder? Warte mal, ich weiß nicht, warum der Automod hier gerade... Der Automod hat gerade das Jab von Emilia blockiert. Wow. Ja. 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 Ja.